Ein Traum in Rot. Das ist das Kleid von Miss Bambi Jennifer. Hallo. Hallo. Wie aufgeregt bist du jetzt? Im Moment geht es noch, aber ich glaube, das steigt gleich noch mehr. Man muss ja dazu erklären, Miss Bambi wurde eigens dafür ausgewählt, unter wie vielen Mädels? 50.000? Wahnsinnig viele. Um den Preis, den Bambi, heute Abend Justin Bieber zu überreichen. Das ist ja kein Geheimnis. Und sie wird das selber machen. Wie gefährlich ist es für dich, dass du auf der Bühne hinfällst, in Ohnmacht fällst, zu kreischen anfängst? Also ich habe ihn ja eben schon gesehen, deswegen, ich glaube, das kriege ich schon irgendwie hin. Meine größte Angst ist jetzt auf hohen Schuhen zu laufen. Sag die mal. Ja, das sind auch so ganz gefährliche Hacken, die halt auch so ein bisschen rutschige Sohle auch noch. Wie geübt bist du mit den Dingern? Ich laufe nie mit hohen Schuhen. Das kenne ich irgendwoher. Justin Bieber, du hast ihn jetzt schon getroffen. Die Mädels da draußen, die alle vor der Tür stehen und rumkreischen, die würden ihr linkes Bein dafür abhacken, irgendwie diesen Mann mal zu treffen. Wie ist er denn so? Er ist toll. Er ist richtig, richtig nett. Ja? Was habt ihr denn gesprochen? Ich habe ihm meinen selbstgeschriegenden Song vorgespielt. Wie heißt der? My Only Dream. Aha. Ihr einziger Traum ist Justin Bieber. Ganz viel Spaß nachher auf der Bühne, wenn du ihm den Bambi überreifst. Dankeschön. Wir sind eins. ARD